Warum kann ich bei einem Verkauf mehr Geld bekommen als bei einer reinen Kündigung? Nun ja, das hat mit verschiedensten Faktoren zu tun, die entsprechend bei Ihrer Polizei eintreten können. Auf der einen Seite geben Sie die Polizei in professionelle Hände. Die Rudolf GmbH hat in den letzten 14 Jahren über 53.000 Policen angekauft und weiß entsprechend, was sie mit den Versicherungsgesellschaften zu tun hat, an welche Spielregeln sich die Versicherungsgesellschaften zu halten haben. Auf der anderen Seite kann es potenzielle steuerliche Vorteile für Sie geben, die sich entsprechend auch durch einen monetären Vorteil bei Ihnen entsprechend ausdrücken können. Eine rechtliche Nachbearbeitung durch externe Experten kann entsprechend auch dazu führen, dass in Zukunft noch weitere Nachzahlungsansprüche an Sie ausgezahlt werden, was unter dem Strich dazu führen kann, dass Sie deutlich mehr aus der Versicherungspolize herausbekommen, wie wenn Sie das Ganze jetzt selbst in die Hand nehmen und die Kündigung selbst durchführen.